So. So. Dann quatschen wir so. Das ist falsch. so jetzt geht der springbrunnen wieder so ich denke mal das war schon wieder das geburtstagsvideo ja keine ahnung heute kommt noch fußball und dergleichen ja viel wird nicht mehr passieren also von nachher tschau bis zum nächsten video ok jetzt doch noch ein paar pferde der ehrenpreis den völkner mit nach hause nehmen darf ist ein kaffeeautomat der firma beschallungstechnik aus wir bedanken auch hier unser glückwunsch auch dafür unser dankeschön weiter geht es mit rang drei und damit die weiße schleife an die 330 montana fs vier fehlerpunkte 46,04 sekunden angenehmes jähriges publikum wir hoffen dass sie diese drei tage hier genießen sollten einfach schön wieder verwandte bekannte freunde zu treffen wir wünschen ihnen einen angenehmen nach hause legen wünschen ihnen noch einen schönen sonderfahrung bleiben sie gesund oder werden sie naja tschüss hallo foxy 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 jetzt einfach mal ein fuchs na komm mal her was bist du denn für einer als ob hier ein fuchs rumläuft fuxi lauf mal nicht weg versteckst du dich komm mal her du kleiner schade versteckt dass ich von mir schleichst du dich an mich an scheiße der ist als ob er mich gleich ins bein beißen will ich habe keinen bock gebissen zu werden was soll denn der quatsch der leuchtet immer noch ich fahr lieber mal mit dem fahrrad ein stück das ist mir nicht ganz geheuer eule ruft ich kann gerade nicht zu meinem fahrrad weil der dahinter lauert er gibt so weit und breit keinen stock um mich zu verteidigen sage mal bist du nur hey du wirst mich doch nicht angreifen ich greife gleich zurück an hat einfach nur noch keine ahnung wer hier das sagen hat okay ist zwischen den Brombeeren und Brennnesseln hier verschwunden dann tschüss